um leute herzlich willkommen zur vierten verdammten folge hexet hier ich habe mich am letztens hier wir haben 16 die am amtag ich feier das ja ich habe richtig viel für mich auch ich habe mir überlegt wenn es gleich wieder tag wird es wird gerade jetzt anfangen weil dahin habe ich ein iglo gesehen und ich habe die kacken schrift habe ich immer nicht drehe da wollte ich eigentlich hinlaufen ich habe jetzt ein bisschen angst aber mir kann eigentlich gar nicht so gut wie gar nichts passieren ich habe ich hatte gerade das wäre eine hefte kürz die lust gehts so das nehmen wir noch mit so hier habe ich überhaupt eins hier kann ich heute wo ist der lizard man rewi ist lizard man rewi ist lizard man rewi ist lizard man die ja ich weiß auch deswegen bin ich nicht hier ich bin hier wegen dem scheuß da oben ich wollte nur das alt aufbauen habe ich jetzt ja Ich hoffe wirklich nicht, dass ich das verreckt bin. Ich will mich nicht verreckt. Ich wusste es, Alter, ich wusste es. 06, Falle, Alter. Das ist ja. Was ist denn jetzt? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich leide mich halt selbst gegenseitig an. Ich will mich auch runter, zerstören und nicht hochkommen. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh. Warte, 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 warte. Oh. Puh. Oh, krass. Okay, ähm. Hab ich noch was besonderes bekommen? Ne, ne. Schade. Wo ist denn meine Schippe da ist? So. Heißt, der Power schon erledigt. Ich bin transportiert. Ich wollte ja das zum bald-viewen. Schaut gerade aus. So. 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 WTF? Das ist... Exhaust Quick-Sense Das ist halt ein Creeper, Alter Was ist denn das für ein Creeper? Fick dich! Der war nicht so schnell! Was? Wieso habe ich Hunger? Ach, geh doch weg, du Fotze, ey Das ist nicht hilfreich bei einem Kampf Ich bin zu lecken Aua Das hat gerade weh Ach komm, nee Ich glaube, ich muss noch mal 10 Euro starten auf jeden Fall Ich warte aber über noch Ich glaube, ich... Ich glaube, ich mache hier gleich einen Cut rein Und dann sehen wir, was bestimmt gleich auch wieder Ich mache wirklich gleich einen Cut rein, mal gucken, wenn er sich gleich mal ruhig hat Dann gucken wir auch, wie ich ein Cut machen muss noch nicht Das ist übrigens der Creeper hin Also wir sehen uns gleich weiter, ne? Bis gleich Und dann sind wir auch schon wieder zurück Jetzt geht's direkt weiter hier, vielleicht wieder Und... Es ist sehr komisch Die Technologie sind wieder da Also das haben wir immer noch Einfach Aber dann wäre er Er ist verschwunden Und die Palme war nicht da Also sehr komisch, was hier so passiert Also mal gucken, jetzt geht's jetzt mal weiter Mal sehen Mal sehen Schau, ich dachte, ich töte jetzt Yeah, Realm of Killing und so Und dann ist es schillig und so Und nee Dann haben wir doch nicht Sollen wir mal was wirklich verwagen? Sollen wir mal was verwagen? Ja, ja, komm in einen neuen Bereich rein Ich hab' bis jetzt noch keinen Turm gesehen, ne? Ich hab' bis jetzt noch keinen Turm gesehen, ne? Aber ich würd' das mal kurz da raus Ich wollte nicht darin Und zwar Jetzt Nicht in die Huso-Story, bitte In die Huso-Story Ich hab' nicht zu rüber wollen Und da ist es so keine Kiste Also Ich weiß, wie es wieder raus ist Äh Das ist halt dann wieder ein Portal Ist doch Und Jo, das ist äh Sehr chillig Aber falsch, ich hab' da auch nicht Ich wollte übrigens mal einen Turm auseinandernehmen Aber ich hab' keine Türme Das ist in der Nähe Ich hab' jetzt auch keine großen Mobteile Ich hab' noch keinen Schloss Voll Ich mach' mal hier eine Nachbucke Hier war noch was Oh, das ist eine riesengele Festung Ich glaube Ich glaube, ich glaub' ihn wird zurück Ich meine, er ist natürlich Wir können auch das hier jetzt Framida Zickelmida auseinandernehmen Und hier ist übrigens ein Turm So Die großen Offen ist einfach noch Hier könnte ich auch mal hingehen Und das ist hier dieses Ufo Mit dem Gumblitz Ähm Schloss Schloss Ich hab' nochmal los Das ist go 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 Wieso hat er hier jetzt irgendwie so komisch geladen? Das weiß ich nicht Everybody hit go He 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 Ansonida 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 Ich würde es mal so sagen, ne? Ach Leute Folge 4 Chaos heute, ohne Witz Folge 4 Schlimmste Folge bis jetzt Warte Mach runter Mach runter Das dauert ja so lange, ey Ich bin ja Wieso jetzt diese Folge Nächste Folge gehen wir zum Schloss Und ich hoffe ihr seid denn auch wieder dabei Bewertet das Video Wenn euch gefallen wird Tag super ok Ähm Wir könnten immer noch mehr rein scheinen Und Oh scheiße Ich merke gerade Erlebt Ich hab' die Aufnahme Eigentlich abgebrochen Jetzt läht er wieder Okay Ähm Es ist das heisst Leute Ihr seht ja Stand Ähm Wir sehen uns in morgen Peter Viel Spaß noch Und Wir sehen uns dann Morgen dann Bis zum nächsten Mal Ciao Hallo Freunde Jetzt gibt's ihnen einen Song Von Malta Er heißt Ich bin Lissatman Alles fing an Heute um sechs Hab' mich verwandelt Wie bei Kafka War auf einmal eine Echse Alles ist anders Jetzt wo ich hier einfach chill In der Sonne ohne Sonnenbrand Und meine Fliegen grill Wer bin ich? Lissatman 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 Dein Bruder hat mich schon Lissatman genannt Weil ich sie mit meiner Zunge double penetrieren kann Ich töne durch die Streets mit der Lissatman Gang Wir haben unsern Style und unseren Puzzle-Slang Wer bin ich? Lissatman 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 Ich hab' ein Problem Ich hab' jetzt mächtig viele Schuppen Aber alle geilen Nutten stehen auf dicke Echsen-Kuppen Um die Weiber zu verwöhren, dass sich meinen Schwanz abfallen Dann wächst ein neuer nach und ich kann sie weiter knallen Wer bin ich? Lissatman 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017